Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich erzähle es euch trotzdem. In Richtung Amazon ist es ja nicht nur so, dass ich inzwischen meine Bewertungsstrategie geändert habe, das heißt, ich schreibe keine Bewertungen mehr, ich berichtete auf diesem Kanal, sondern dass ich auch langsam bemerke, wie ich meine Einkaufsstrategie ändere. Und jetzt führt uns das zu der Frage, erstens mal, ist Amazon noch zu retten? Und wie habe ich meine Strategie geändert, um zum Beispiel, um diese Prime-Beiträge rumzukommen und insgesamt verschiedene Sachen auf andere Art und Weise vielleicht zu kaufen? Schauen wir einfach mal rein. Wie ging das Ganze los? Immer wieder mal ein bisschen traditionell bequem. Grundsätzlich ging es los und das ist jetzt für alle, die nicht regelmäßig diesem Kanal all Videos gefolgt sind, die Bewertungskriege waren ja der Anfang von der ganzen Katastrophe. Da kann jetzt Amazon nichts dafür. Aber dieses Spiel der Bewertungen, weil man kann nur Produkte verkaufen mit positiven Bewertungen, lief ja über die Verkäufer, die nachher den Bewertern Produkte geschenkt haben, positive Überweisungen, also Geld gegeben haben einfach. Es gibt ja keine negativen Überweisungen, die man tätigen kann. Was rede ich da? Also die, die in einem Prinzip Geld gegeben haben. Und das Ganze wurde immer etwas mehr hochgestochener, um immer die neuen aktuellen Amazon-Regeln zu umgehen. Also das war so ein Katz-und-Maus-Spiel, bis Amazon irgendwo jetzt einen Schalter gefunden hat und der ist jetzt, dass die Ränge abgeschafft wurden. Das ist auch schon länger so. Also die Ränge, es gibt diese Bewertungsränge nicht mehr. Und viele haben ja, ich weiß nicht wie viele hunderte Bewertungen, bis ich glaube sogar tausende Bewertungen geschrieben, um in diesem Rang hochzusteigen, für den es eigentlich sonst nichts gibt. Nachdem aber die abgeschafft wurden, jedenfalls sind sie für mich nicht mehr sichtbar, ist es jetzt so, dass es immer weniger Bewertungen gibt. Und jetzt Bösezungen, wie ich behaupte, behaupten natürlich, dass es auch hauptsächlich Bewertungen sind, die inzentiviert wurden von den Verkäufern. Weil es gibt ja so diese Story, da liegt so eine lustige Karte dabei. So, hinterlass uns eine gute Bewertung, kriegst du das nächste Mal einen Rabatt und schickst uns halt einen Screenshot von deiner Bewertung. Diese ganzen Spielchen gibt es, habe ich übrigens nie daran teilgenommen. Und ich habe inzwischen auch von meinem Hauptkanal, in meinem, ich sage mal, Pamphlet, wo ich so definiere, was ich tue, steht immer ganz klar drin, ich mache keine Postings und keine Bewertungen auf Amazon über euer Produkt, grundsätzlich nicht. Also ihr könnt nur auf meinem Hauptkanal Bewertungen sehen. So, was hat sich jetzt Amazon gedacht, wie sie das Ganze wieder in den Griff kriegen? Na, sie haben jetzt halt die Bewertungen, kommen jetzt aus verschiedenen Ländern und man kann sich das wunderbar übersetzen lassen. Das hat nicht das Problem gelöst. Es hat eigentlich eher dazu geführt, dass inzwischen jeder sagt so, Amazon-Bewertungen, das ist so wie ein negatives Qualitätsurteil. Also, Amazons nächster Schritt war, die Prime-Gebühren zu erhöhen. Das ging, ich glaube, aus meiner Sicht zwei, dreimal gut und irgendwann habe ich mich dann gefragt, wozu zahle ich das eigentlich noch, weil jetzt wurde es langsam mehr. Und Amazon hat dann als geniale Antwort sich ausgedacht, hold my beer, die hatten halt keine gelbe Tasse, weil ihr wisst ja, alles schmeckt, wer ist aus der gelben Tasse. Also Amazon sagte, hold my beer, ha, im Amazon Prime gibt es jetzt extra Werbung zum gleichen Preis, also quasi ohne Aufpreis könnt ihr jetzt Werbung bekommen. Also nicht, das könnt ihr streichen, werdet ihr jetzt Werbung bekommen. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, nö. Und habe Amazon Prime gekündigt. Und der wunderbare Workaround ist, weil man denkt sich, okay, jetzt muss ich halt immer über die Mindestgebühr bestellen, wenn ich Versandkosten frei bestellen will. Und dann wird es halt schon ein Breckerl komplexer, weil nicht alle sind dann irgendwie primefähig und bla und blub. Und ich habe mir gedacht, ist mir doch scheißegal. Ich möchte eigentlich sowieso nur an die Packstation geliefert haben. Und in dem Moment, wo er die Packstation als echte hinterlegt, da muss man ein bisschen aufpassen, weil man kann die als Adresse hinterlegen oder in diesem Packstationfinder da hinterlegen, in dem Moment sind da die meisten Sachen Versandkosten frei, auch bei geringeren Beträgen. Amazon hasst diesen Trick. Ich bin auch mir fast sicher, dass sie den irgendwann abschaffen werden. Aber im Moment heißt das für mich, ich kann auch viele kleine Sachen, die direkt von Amazon geliefert werden, kostenfrei meine Packstation kriegen. Und ich spare mir diese, ich weiß gar nicht mehr, was dieses Prime im Jahr kostet. Und ab und zu ist mal was dabei, was ich mir echt liefern lassen muss. Das würde ich mir vielleicht dann, weil es schnell braucht, vor der Haustür oder halt, weil es nicht an die Packstation geliefert wird. Und jetzt zahle ich also im Schnitt einmal alle ein, zwei Monate mal irgendwie diese 4 Euro irgendwas. Es ist ein Spiel, muss man auch dazu sagen, reicht wird man davon nicht. Die Grundprobleme wurden aber eigentlich mit der Einführung des ganzen Marketplace immer schlimmer. Marketplace hat mehrere Geschichten, die es unbenutzbar machen. Man kann nicht selektieren, kommt es aus Deutschland, kommt es aus China, kommt es sonst irgendwo. Man kann es meistens, merkt man es erst über das Versanddatum, nicht ganz so schlimm. Aber die Sache wurde dadurch schlimmer, dass immer mehr Händler mit den Kunden und mit Amazon ihre Spielchen treiben. Die Händler wissen inzwischen aufgrund ihrer gesamten statistischen Daten, wie faul ihr seid. Und es gibt tatsächlich, ich liebe dieses Wort, einige YouTube-Videos, dass es Waren gibt, bei denen ihr wahrscheinlich bei Amazon kaufen werdet, obwohl es es woanders billig gibt, weil ihr faul seid. Und jetzt ist die Frage, wie hoch zieht man die Differenz zwischen den Amazon-Preisen, weil die sind nämlich jetzt manchmal bei bestimmten Sachen höher. Und dann gibt es eben dann so lustige Verkäufer, die dann plötzlich Festplatten verkaufen. Und ich war neulich ganz konkret auf diesem Trip. So, ich brauche, ich glaube, zwei Terabyte Platte und wühle sie durch und denke mal, traue ich denen jetzt? Weil es gab es in dem Fall nicht mehr direkt von Amazon. Ist das jetzt irgendwas Refurbishedes oder aus seltsamen Quellen oder wie auch immer, weil der Händler hatte zwar Bewertungen, aber es gab eigentlich kein, für mich ersichtlich, in dieser Sortierungsliste, weil die wird ja wohl auch etwas geriggt, diese Suchergebnisse, gab es für mich nichts mehr aus irgendeinem Vertrauenserwecknis. Und dann bin ich wirklich bei einem der etwas weniger bekannten Elektronik-Tandler gelandet, bei dem ich auch ein Abo habe. Da kostet das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viel im Jahr, dass ich Versandkosten frei über einen gewissen Wert bestellen kann. Und dann war dann diese Platte 10% billiger. Und auch der hat einen Marketplace, den ich furchtbar finde, aber da kann man sofort anwählen, nur direkt vom Händler. Dann habe ich beim anderen IT-Händler geguckt, einen von den übrigen Verdächtigen. Und auch da war sie, also auf dem Euro hin und her, mache ich jetzt nicht rum. Ja, aber sie war in der Größenordnung 10 Euro billig als das günstigere Angebot bei Amazon. Und jetzt sind wir auf dieser Spirale, die nach unten zeigte. Weil das nächste waren dann irgendwelche Sportschuhe, die ich wollte. Und diese Eurige kennt ihr, ne? Er wählt dann irgendwie so, was weiß ich, XY Schuhe, schreibt vielleicht Schuhe Herren rein und wählt eine Größe. Und dann kommt natürlich als erstes, ihr wisst es, Damen Schuhe. Da muss man extra nochmal der Herren auswählen. Dann schaffen sie es irgendwie. Dann sieht man einen auf dem Bild, der einem gefallen würde, wählt es dann. Aber ja, das ist jetzt gerade nicht der, der es in der Größe gibt. Und die gibt es dann zwar, aber dann entweder über Amazon UK oder wieder an anderen Händlern. Denkt man sich, und wie ist es, sagen wir doch jetzt mal die Größe nicht stimmt mit der Rücksendung. Dann habe ich ja ein meiner Alleinstellungsmerkmale von Amazon verloren. Apropos Rücksendung. Die Rücksendefrist soll erniedrigt werden. Geile Entscheidung. Ich verstehe, dass das ein Hauptkustentreiber im ganzen Online-Handel ist. Es ist logisch, dass das ein Problem ist. Aber wenn man einen Shop hat, der als Alleinstellungsmerkmal unter anderem super Kundenservice hat, kulante Rücksendebedingungen, völlig problemlose Abwicklung und man fängt langsam an, das da immer mehr aufzuweichen, dann würde ich mal sagen, wo bleibt denn dann noch der Shop, den man vorher hatte? Und wie war das mit dem guten Kundenservice? Früher war es so, es gab einen Anruf und den Chat. Bei dem Chat sind wir ganz froh. Also den Chat. Der Chat ist jetzt durch ein AI-Chat ersetzt worden, bei dem man, wenn man die künstliche Intelligenz ins Nichts geplaudert hat, dann relativ schnell zum Glück noch in einen realen Chat oder in einen Rückruf verzweigen kann. Aber auch da zeigt die Spirale eigentlich eher nach unten und nicht nach oben. Bis jetzt ist es aus meiner Sicht immer noch vom Ergebnis her kulant bei Rücksendungen und Problemen und so weiter. Immer mehr Leute scheinen auch meine Erkenntnis zu teilen, sowohl bei Klamotten als auch zum Beispiel so bei Baumarktklamotten, wenn man was Gescheites braucht. Vielleicht kennt ihr das. Ihr braucht aus irgendeinem Grund von irgendwas was Gescheites. Eine gescheite Sicherung zum Beispiel. Und dann denkst du dir, oh jetzt gibt es wieder 100 von diesen Chang-Chi-Au-Händlern. Was mache ich jetzt? Also ich brauche eine, die wirklich tut. Mir ist es wurscht, ob die 50 Cent nachher die 10er-Pack mehr oder weniger kostet. Aber ich will nicht jetzt 100.000 Bewertungen lesen müssen dazu. Dann gehe ich jetzt entweder gleich in den Baumarkt, weil da ist es wahrscheinlich zu teuer. Aber es wird auf jeden Fall so grundsätzlich passen. Oder ich gehe halt wieder zum Elektronik-Tandler. Jetzt war ich wieder bei dem mit meiner Versandkosten-Fetrate. Und inzwischen bin ich wirklich so weit. Ich hatte es zum Beispiel auch mit einer Anti-Rutschmatte für einen Eingangsbereich, für einen Fußabstreifer. Alles ist voll. Also wenn ich das suche, ich finde, ja, kilometerweit. Immer wieder gute, schlechte Bewertungen und ich weiß es doch nicht. Dann habe ich doch irgendwann keinen Bock mehr. Dann gehe ich doch in den Baumarkt und sage, du, Herr Baumarkt, gib mir das. Wenn es nichts taugt, stehe ich fünf Minuten später wieder da. Ich bin an dem Punkt. Und bei Klamotten scheint es bei vielen ähnlich zu sein. Und ich habe mich auch dabei ertappt, bei meiner Sportschuh-Problematik war noch zwei Jahre, aber es auch durchklatscht, dass ich in eins der noch hier im Bereich Baden-Württemberg ansässigen Kaufhäuser gehe. Die Insider wissen schon, was ich meine. Die haben ab und zu auch Angebote. Aber ich kann mal geschwind reinschlupfen. Ich sehe das Ding, ich sehe die Nummer und ich sehe, es passt und fertig. Und ich muss mich nicht stundenlang durchklicken und dann hoffen, dass es dann doch wieder irgendwann mal vielleicht nicht aus Amazon UK oder sonst irgendeinem Dandler kommt, der dann nämlich vielleicht auch irgendeine andere Variante mir unterschieben möchte. Weiß also bei manchen, die ich hatte. Also sagen wir mal so, entweder der Hersteller hat manchmal ein Qualitätsproblem oder ich habe da tatsächlich mal Ware bekommen, die nicht einem normalen europäischen Qualitätsstandard genügt hätte. Drücken wir es mal vorsichtig so aus. Auch ist die Suchfunktion an sich manchmal irritierend. Also ich hatte schon ein, zwei Fälle, wo ich genau wusste, was ich wollte und habe es dann erst nach zweimal noch so anschucken. Wirklich beim vernünftigen Händler gefunden. Das ist, soweit ich weiß, kann man da ja mit Anzeigen und so weiter jetzt auch noch hier diese Sortierreihenfolge ändern. Also ganz großer Mist, muss ich sagen. Also ganz, ganz am Ende meiner Gedankengänge bin ich in vielen Bereichen jetzt so weit, dass ich mir wieder meine Spezialhändler suche. Für die ist die Chance, bietet mir eine Versandflatrate an. Das ist vielleicht auch etwas, wo jetzt viele anderer Meinungen sind, aber bei mir ist es halt so, ich möchte diesen Lagergedanken aus dem Kopf herauskriegen. Ich hatte es auch früher so, kaufst halt mal, du musst über 40 Euro kommen, hast du 20 Euro bestellen, dann kauf mal irgendwas, Batterien oder sowas. Die Frau wird es schon brauchen können, okay? Auf Vorrat. Und ich will aber davon weg. Also da kauf ich lieber, zahle ich lieber im Jahr irgendwie keine Ahnung wie viel Euro und dann habe ich den Gedanke weg und bestelle immer noch genau das, was ich brauche. Das ist eure Chance, liebe Konkurrenz. Und wenn ihr jetzt bei Amazon schafft und ihr wollt jetzt den Laden rumreißen, dann Herkunftsland Deutschland auswählbar. Dieses Riggen von der Trefferliste ist furchtbar. Wenn ich eindeutig was sage, was ich haben möchte, dann sollten die ersten Treffer auch dem zugeordnet sein. Das geht sonst gar nicht. Und bitte, in der Liste der gekauften Gegenstände, warum funktioniert die Suche da so furchtbar? Sie funktioniert immer so gerade so. Aber wenn ich nach Sachen suche, wo ich nur so ungefähr weiß, was es war, wenn ich oben bei der Produktsuche das eingebe, dann finde ich es. Aber in meiner gekauften Liste finde ich es nicht. Was ist denn das für ein Mist? Und am Ende des Tages, der Marketplace sollte in der Bedeutung schrumpfen. Ich weiß nicht, wie sich die Gewinne verteilen. Anscheinend sind sie gigantisch, sonst würde es keiner mehr so machen. Mir verleidet es langsam und mir verleidet es auch ab und zu bei so 0815 Alltagsgegenständen. Eine Liste von endlosem, sorry, auch wenn der Begriff wirklich platt gewälzt wurde, China-Schrottzeug zu sehen. Dann kann ich nämlich gleich zum lustigen Ali gehen. Also, bis zur nächsten Bestellung. Servus. Servus. Servus.